Sie hören Lost in Fusetta, Spur der Schatten, von Jill Ribeiro, gelesen von Andreas Pietschmann, ein Hörbuch des Argon-Verlags. Der Mensch ist nichts an sich. Er ist nur eine grenzenlose Chance. Aber er ist der grenzenlos Verantwortliche für diese Chance. Albert Camus. Tag 1 Man war bisher dreimal mit dem Wunsch an ihn herangetreten, er möge jemanden verschwinden lassen. Einmal hatte er dieses Ansinnen ausgeschlagen, aber mehrfach schon mit seiner Moral vereinbaren können. Moral war etwas sehr Anpassungsfähiges. Sie war stets Produkt einer Epoche, einer Zeitströmung, einer Kultur, der Tradition und vieler, vieler Faktoren mehr. Beständig wandelte sie ihre Gestalt. Moral war ein großer Opportunist. Man konnte sie seinen Bedürfnissen anpassen. Auch Nelsons Moral war früher eine andere gewesen als heute. Den Mord, der vor ihm liegen würde, hätte er noch vor zehn Jahren nicht begangen. Heute, als er auf dem Aeroporto de Faro landete, schon. Nelson hatte sich für einen hellgrauen Anzug und ein Hemd ohne Krawatte entschieden, ein Geschäftsreisender unter vielen. Dazu passte, dass er nur Handgepäck bei sich hatte. Den Blick der Zollbeamtin konnte er durch seine Brille reinen Gewissens erwidern. Er schenkte ihr sogar ein leichtes Lächeln. Sein Handgepäck war sauber, es existierte auch kein versteckter Hohlraum im Deckel. Sie kontrollierte ihn nicht, sondern prüfte nur seine Papiere und winkte ihn dann freundlich durch. Zwei Dinge waren ihm von seinem Vater mit auf den Weg gegeben worden, die Nelson so sehr verinnerlicht hatte, dass sie Teil seines Wesens geworden waren. Schmerz ist der beste Lehrmeister? Deswegen hatte sein Vater es auch nicht verhindert, als er mit drei Jahren groß genug war, um seine kleine Hand auf die Herdplatte zu legen. Dass der Vater seine Hand danach in Eiswasser tauchte, mit Brandsalbe behandelte und seine Tränen trocknete, all das sollte er vergessen. Aber nicht den Schmerz. Das andere bestand darin, Dinge zu einem Ende zu führen. Dass ein gegebenes Wort ein gegebenes Wort war und bei Männern wie Nelsons Vater und in den Kreisen, in denen er verkehrte, hoch im Kurs stand. Ein Mann, der etwas auf sich hielt, agierte souverän und diszipliniert. Und die Selbstdisziplin gebot es, ein gegebenes Versprechen zu halten, koste es, was es wolle. Daran dachte er, während er gegenüber vom Flughafengebäude bei Herz auf seinen Mietwagen wartete und ihm die warme Maisonne ins Gesicht schien. Belmiro und Pep waren nur zehn Minuten vor ihm in Faro gelandet. Sie waren nicht direkt geflogen. Nelson hatte sie sicherheitshalber mit einem Gabelflug über Paris hierher gelotst. Und natürlich waren Belmiro und Pep nicht ihre richtigen Vornamen, sondern diejenigen, die in ihren gefälschten Papieren standen. Nelson bestand grundsätzlich darauf, dass sie sich gegenseitig mit ihren falschen Namen anredeten und sie auch möglichst in ihren Gedanken verwendeten. Die Namen sollten ihnen für die Dauer des Einsatzes in Fleisch und Blut übergehen. Mit Pep arbeitete er schon lange. Und obwohl er geschäftliches und privates ansonsten rigoros trennte, waren sie so etwas wie Freunde geworden. Belmiro war hingegen erst vor zwei Jahren zu ihnen gestoßen. Und Nelson wusste, dass der junge Mann über seine Sicherheitsmaßnahmen wie den Umweg über Paris heimlich den Kopf schüttelte. Wen kümmert es später, wenn die Sache vorbei ist, ob wir alle drei in einer Maschine angekommen sind oder in zweien? Hatte er gefragt, als Nelson ihm die Tickets übergeben hatte. Nur mich, hatte Nelson wahrheitsgemäß beantwortet. Denn natürlich würden sie sich absetzen und ihre Spuren verwischen. Man würde sehr wahrscheinlich niemals herausfinden, wie sie nach Faro gekommen waren. Und selbst wenn, hätte es für sie keine Konsequenzen. Denn hinter ihren Namen verbarg sich nichts. Sie waren wie Geister. Wie Schatten. Nur Abbilder echter Personen. Auf einem Feldweg, kurz vor der Autobahn, über die er nach Lagos fahren wollte, fand er wie vereinbart das Wohnmobil vor. Er hatte einen Kontaktmann in Portugal, der alle logistischen Dinge für ihn erledigte. Das Anmieten einer Wohnung etwa, den Einkauf von Lebensmitteln, Kleidung, Medikamenten und allerlei mehr. Oder eben das Organisieren eines toten Briefkastens, wie dieses Wohnmobil. Er nannte seinen Kontaktmann Joao, einfach weil es der am weitesten verbreitete männliche Vorname im Land war. Mit einem Zweitschlüssel öffnete er die Tür und klappte die Sitzfläche der Dinette hoch. In dem Stauraum darunter fand er in drei grobe Decken eingewickelt, das, mit dessen Beschaffung er Joao beauftragt hatte. Eine kleine Pistole, vollgeladen, dazu drei Ersatzmagazine. Die Damenpistole, wie sie manchmal von Laien titulieren. Die Damenpistole, wie sie manchmal von Laien titulieren.